Die Beta von Battlefield 2042 liegt hinter uns und in den letzten Wochen ist jede Menge rund um das Spiel passiert. Neue Features wurden angekündigt, angesprochene Probleme wurden ebenfalls vom Entwickler angesprochen. Grund genug für uns nochmal drüber zu sprechen in einem Talk-Video. Dieses Video wird präsentiert von NordVPN. Schaut in die Videobeschreibung für weitere Infos und einen exklusiven Rabattcode. Dazu begrüße ich meinen lieben Kollegen und Battlefield-Experten Phil Elsner von der GameStar. Grüß dich Phil. Hallo Michi, grüß dich. Wir hatten ja zusammen so ein Fazit-Video zur Beta gemacht. Das war damals nach einem Beta-Anspiel-Event. In der Zwischenzeit haben aber noch ein paar mehr Leute diese Beta-Version auch spielen können und da gab es abgesehen von der Kritik, die wir auch schon hatten, auch noch diverse andere Punkte, die angesprochen wurden. DICE hat darauf reagiert und einige der Probleme, die es in der Beta noch gab, versprochen, die bis zum Release zu lösen. Was gibt es denn da so an Problemen, die hoffentlich in der Release-Version dann nicht mehr drinnen sind? Genau, also du hast schon gesagt, es gab einen riesigen Blog-Post von EA, wo sie quasi wirklich mal einen Rundumschlag gemacht haben mit, hey, wir haben euer Feedback gehört. Ja, wir nehmen das wirklich wahr, was da angesprochen wurde an Problemen und es war ja zum Beispiel ein großer Punkt war ja das ganze Interface. Also das ganze UI hat sich über weite Strecken gar nicht so gut angefühlt in der Beta, beziehungsweise war irgendwie clunky und ungewohnt und so. Da ist so ein Hauptangriffspunkt, wo man auch in dem Blog-Post viele Beispiele sieht, wo sie schon zeigen anhand von kurzen Trailern oder Clips, wie das jetzt aussieht in dem Gameplay. Da gibt es jetzt zum Beispiel einfach, was die die ganzen Einblendungen im Hat angeht, deutliche Verbesserungen. Also es gab zum Beispiel, das ist sicher allen aufgefallen, die die Beta gespielt haben, diese furchtbar großen Balken oben, wo immer stand, der Sektor ist gefallen oder Gegner hat Sektorüberlegenheit oder so. Das ist deutlich kleiner geworden. Also es ist nicht mehr so nervig, wie es vorher aussah. Es gibt deutliche Verbesserungen bei dem Score, beziehungsweise dem Killfeed, also diese Punkte anzeigen, wie wir sie ja schon immer aus Battlefield kennen, wenn ich jetzt einen Kill mache oder so. Das wurde in die Mitte des Bildschirms verlagert und sieht sehr, also deutlich mehr aus wie in Battlefield 4, also sehr klassisch. Das, was die Leute ja auch kritisiert haben, dass das überhaupt nicht sichtbar war, wenn ich jetzt zum Beispiel Medic-Punkte mache, also indem ich halt einfach dich jetzt heile zum Beispiel. Das wird jetzt da auch angezeigt und Assists und alles, also alle Punkte, die ich bekomme, werden da prominent angezeigt und es hat wirklich so ein bisschen den Battlefield 4-Vibe. Also das ist schon sehr deutlich wahrnehmbar. Es soll ja vor allem jetzt auch, das Handwerkszeug für Teamplay soll ja jetzt auch endlich funktionieren, weil wir hatten ja in der Beta gemerkt, da geht weder eine Map noch das Ping-System irgendwie richtig, noch man kann irgendwie Befehle geben. Was haben sie denn dazu gesagt? Ja, also das sind gute Nachrichten für alle, die wie wir irgendwie sinnlos auf Q und M gehämmert haben und sich geärgert haben in der Beta. Es wird ein Ping-System geben, das heißt, ich kann wirklich Objectives oder bestimmte Punkte oder auch Gegner, wenn ich sie genau anvisiere, dann pingen mit Q, so ein bisschen wie gewohnt. Das ist allerdings kein 3D-Spotting, also das gibt es nicht, aber es gibt diese Marker, dass ich einfach nicht sagen muss, ja da links bei dem Haus, da bei dem Baum, da, sondern ich kann das halt einfach die Location pingeln, die ich meine für meinen Squad. Es gibt die Comoros, also das war ja auch ein großes Fragezeichen während und nach der Beta, so haben sie das gestrichen, was ist jetzt damit? Nein, die gibt es und die funktioniert auch genauso wie gewohnt, also du kannst da nach Munition fragen, dich bedanken, Objectives markieren als Squadleader und so weiter und so fort, also die ganze Kommunikation ist da möglich und ja, man kann über M die Map aufrufen, also das war ja schon ein bisschen ärgerlich in der Beta, dass das nicht funktioniert hat. Man hat da die Map-Übersicht und dann noch einfach so ein paar Feinheiten. Es gibt jetzt eine Deathcam, das heißt, wenn du getötet wirst, dann siehst du genau von wem, aus welcher Richtung, dann kriegst du so Zusatzinformationen mit welcher Waffe, was hatte der für Aufsätze an die Waffe, dass man auch einfach besser nachvollziehen kann, wie konnte der jetzt diesen Schuss über die Distanz eigentlich machen. Ah ja, der hatte so einen Long-Range-Scope drauf und so, also das kann man dann einfach besser nachvollziehen. Es gab ja außerdem noch ein bisschen Kritik in Sachen optische Wahrnehmung und Rollenverständnis bei den Specialists, da wollten sie ja jetzt auch nochmal was machen. Uns hatten sie ja schon was gesagt mit dieser Freund-Feind-Erkennung. Was stand denn dazu in dem Blogpost? Genau, also sie haben auf jeden Fall quasi jetzt mal anerkannt, ja, es gibt diese Probleme und wir hören das, weil das war tatsächlich ein großer Kritikpunkt aus vielen Richtungen bei der Beta, dass ich einfach aufgrund dessen, dass die Specialists auf beiden Seiten identisch sind, dass ich oft diese Situation hatte, so, hör, ist der Typ da jetzt direkt neben mir, ist das jetzt Freund-Feind? Dann hat man irgendwie geschossen und dann gemerkt, oh nee, das ist ja ein Verbündeter oder so, also es war manchmal tatsächlich sehr verwirrend. Sie wissen das, sie sagen, sie arbeiten zum Beispiel an einer Farbschattierung, also so ein bisschen zu einer leichten Einfärbung der Spielfiguren, dass man die so instinktiv besser unterscheiden kann, weil sie einfach ein anderes Shading haben, so ein bisschen. Sie arbeiten an besseren Markern, die dann über den Köpfen sind, also dass ich immer diese Icons habe über Verbündeten, dass ich schon immer weiß, okay, das ist mein Squadmate oder mein Teammate und mir da keine Sorgen machen muss. Und das andere ist, es gibt auch eine Feinderkennung, wenn jemand sehr nah bei mir ist, also gerade in diesen hektischen Situationen, wie ich gerade meinte, wenn dann steht jemand neben dir und du erschrickst so, die bekommen dann automatisch, wenn du eine Sichtlinie auf die hast, auch einen Marker über den Kopf, also die werden dann 3D gespottet sozusagen für dich, sodass auch da keine Missverständnisse mehr auftreten sollen. Und was das Squadplay angeht, was du jetzt auch schon angesprochen hast, es gibt neue sogenannte Warm-up und End-of-Screen-Phasen, weil es ja auch so ein bisschen ein Punkt war, der angesprochen wurde von Beta-Spielern, naja, ich weiß ja jetzt durch diese Specialist-Geschichte nicht, was macht denn mein Squad, also wer ist denn jetzt hier der Medic oder wer ist denn jetzt hier der Engineer oder so, weil ja jeder alles ausrüsten kann, also jede Waffe und jedes Gadget im Prinzip. Und in dieser Warm-up-Phase siehst du sozusagen deine Squadmates so als Team aufgestellt und du siehst die Player-Cards und in den Player-Cards ist ja auch abgebildet, was zum Beispiel die Leute für Ribbons sich verdient haben. Also man kann recht deutlich sehen, hey, der ist eher so der Vehikel-Spieler, das wird wahrscheinlich der Pilot des Squads sein oder so und du kannst eher sagen, okay, der hier hat lauter Medic-Ribbons, der ist ziemlich sicher ein Heiler. Also das ist so ein bisschen für die Team-Komposition gut und dieser End-of-Round-Screen, der soll einfach nochmal vorheben durch so kleine Auszeichnungen bzw. so eine kleine Animation, wer wirklich für sein Team da was beigetragen hat, also wer viele Assists hatte, viele Revives hatte, viele Leute mit Munition versorgt hat, der wird da nochmal so ein bisschen gefeiert, sag ich mal. Das heißt, das sind jetzt alles Punkte, die DICE auch schon teilweise mit Videobeispielen gezeigt hat, die schon ins Spiel implementiert werden und dann zum Release hoffentlich drin sind. Beschwören können wir es nicht, wir sind nicht DICE, aber wäre merkwürdig, wenn es jetzt auf einmal dann nicht in der Release-Version drin ist. Kommen wir zu einem zweiten Punkt, der in der Zwischenzeit passiert ist, als wir das letzte Mal gesprochen haben, das sind die übrigen Specialists. Zum Zeitpunkt der Beta waren ja schon fünf Specialists bekannt, vier davon waren auch spielbar und jetzt hat DICE in einem Schwung dann eben nochmal die übrigen fünf, also das ist insgesamt zehn sein werden vorgestellt und das kam nicht hundertprozentig so gut an, weil es da durchaus Kritik an der Balance gab. Was wissen wir denn darüber? Ja, also es gab da durchaus einen kleinen Aufschrei, zumindest in so einem Teil der Kern-Battlefield-Community. Das hat sich durch Social Media und YouTube auch ein bisschen gezogen. Es gab zum Beispiel von zwei sehr einflussreichen Battlefield-Youtubern oder Shooter-Youtubern, nämlich Westy und Jackfrags-Videos und in all diesen Beiträgen wurde letztendlich angeprangert, dass a. die viele dieser Gadgets nicht so richtig zu Battlefield zu passen scheinen und b. viele dieser Gadgets tatsächlich Balance-Probleme hätten. Also dass es tatsächlich ja, also jetzt schon Kritik daran gibt, dass diese Fähigkeiten seien overpowered. Was wäre denn so konkret, was nicht zu Battlefield passt? Also ich glaube, das ist so ein bisschen eher eine Wahrnehmung, dass diese futuristischen Gadgets nicht in dieses Militär-Szenario passen, wo man auf der anderen Seite auch sagen kann, naja, es ist halt auch ein 2042-Szenario, wie der Name schon sagt. Also natürlich wird es da ein bisschen futuristischer. Ich glaube, da läuft es aber auch ein bisschen auf Befindlichkeiten raus, dass die Leute halt sagen, hey, ich möchte aber keinen so einen Hacker-Charakter oder so in Battlefield, weil es sind Soldaten und naja, so funktioniert eben das Specialist-System, dass jeder eine einzigartige Fähigkeit hat. Der Punkt ist halt, es ging vor allem um die Jizo Pike und den Dozer, die beiden, die jetzt neu mitrevealt wurden, die im Trailer sehr overpowered aussehen. Und das ist so ein Punkt, da konnte ich die Kritik einerseits nachvollziehen, andererseits eben auch nicht. Denn erstens ist klar, dass ein Trailer die Figuren relativ mächtig darstellt, weil es geht ja um diese Figuren und was sie können. Das heißt, es wäre komisch, wenn die Figur enthüllt wird und dann beim ersten Feindkontakt stirbt, sondern natürlich steht diese Figur möglichst badass da und macht dann Kills am laufenden Band und so. Und das Zweite ist, wir haben diese Fähigkeiten einfach noch nicht gespielt. Also es geht jetzt insbesondere, wie gesagt, um Paik mit diesem Wallhack. Die hat so einen Sensor, der Gegner in Deckung quasi aufdeckt und komplett mit so einer roten Linie oder mit so einer roten Markierung sichtbar macht für sie und Dozer mit seinem Schild. Der schiebt dieses ballistische Schild vor sich her, wehrt die Kugeln ab und macht dann auch noch mit den Abprallern unter Umständen einen Kill. Und da war eben dieser Aufschrei wirklich groß mit, das geht nicht. Das darf nicht in einem Battlefield sein, das ist OP. Und wie gesagt, ich wäre da vorsichtig. Wir haben diese Specialists und auch die YouTuber und Influencer, die sich jetzt furchtbar darüber aufregen, auch die haben diese Specialists noch keine Sekunde gespielt. Hat niemand von uns. Deswegen wäre ich da erstmal vorsichtig und würde sagen, lasst es uns doch erstmal ausprobieren. Warten wir ab, wie es dann letztendlich im Spiel aussieht. Und zweitens sind natürlich diese Fähigkeiten, weil es ein Trailer ist, auch in ihrer allerbesten Umgebung dargestellt. Also in Umgebungen, wo sie perfekt funktionieren, diese Fähigkeiten. Pi X sieht man zum Beispiel in dem Trailer, wie sie in so einem Containerhafen diese Fähigkeit anschmeißt, wo die Gegner sehr nah dran sind. Und man vergisst dann, dass dieser Wallhack nur in einem 10 Meter Radius um sie herum funktioniert. Und dann sieht sie alle Gegner und macht pam, 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 alle weg. Und alle denken, wow, die ist ja super mächtig, unbesiegbar. Naja, aber nach 10 Metern hört diese Fähigkeit auf. Und jetzt überleg mal, gerade bei diesen riesigen Maps von Battlefield, welche Kampfdistanz haben wir denn durchschnittlich? Sicher mehr als 10 Meter. Das heißt, das ist auch sehr situativ, dieses Gadget. Und in vielen, sage ich mal, Gefechtslagen in einem Battlefield wird es einfach komplett nutzlos sein, weil die Gegner viel zu weit weg sind, um durch diesen Wallhack überhaupt sichtbar zu werden. Und genauso ist es bei Dozer und dem Schild. Er wird gezeigt, wie er halt richtig aufräumt mit diesem Schild im Nahkampf. Auch da wieder in der Situation, wo die Gegner halt sehr nah an ihm dran sind und aus Trailergründen nicht aufhören, auf sein Schild zu feuern, was jeder normale Mensch einfach machen würde. Ja, da müssen wir vermutlich abwarten, bis man das dann tatsächlich spielen kann, wenn Battlefield 2042 erscheint. Wir haben aber noch einen großen weiteren Punkt, den DICE angekündigt hat, was ein großes Fragezeichen bisher zum Spiel war. Nämlich der dritte der drei Spielmodi, nämlich Hazard Zone. Da gab es ja vorher nur Gerüchte, wie das sein könnte. Jetzt wissen wir es genau. Und es scheint ganz so, als wären die Gerüchte, die es dazu gab, gar nicht so weit von der Wahrheit weg. Wie funktioniert denn Hazard Zone? Genau. Also die Gerüchte, zumindest die, von denen ich weiß, stimmen alle. Also es war wirklich, es ist mehr oder weniger vorher geleaktet gewesen. Es ist der Battlefield Take auf einen Hunt Showdown oder Escape from Tarkov. Also es geht nicht um große Schlachten zwischen großen Teams oder so, sondern es geht eher um dieses bisschen taktischere, vielleicht auch ein bisschen langsamere Squad Play. Und das Ganze funktioniert so, dass du auf einer normalen Battlefield Map, also es kommen die sieben Launch Maps zum Einsatz, es sind keine extra Hazard Zone Maps, sondern die aus dem Multiplayer. Dort werden Squads abgesetzt, die für sich allein kämpfen und ein Missionsziel zu erfüllen haben, gegen andere Squads. Das heißt, jedes Squad ist nicht Teil eines Teams, sondern steht für sich, macht seinen Job und der Job ist, Satellitenabsturzstellen zu sichern und dort eine Festplatte zu bergen aus diesen Kapseln, die da runtergekommen sind und dann von der Map zu verschwinden, so schnell wie es geht. Heißt das aber dann auch, dass diese Teams nicht wie in einem Conquest auf Tickets zurückgreifen und wieder respawnen können, sondern die haben nur ein Leben oder wie funktioniert das dann? Korrekt. Sie haben ein Leben, das heißt, du kannst quasi abgeschossen und gedownt werden, dann kriegst du noch so rum, das kennst du zum Beispiel aus anderen Battle Royale-Spielen wie jetzt Warzone, dann kann dich dein Team noch wiederbeleben, also wieder auf die Beine stellen. Wenn du aber ganz wirklich komplett sozusagen niedergeschossen wirst, dann bist du raus, dann bist du Spectator und dann ist dann die einzige Möglichkeit, wieder einzusteigen ins Match, dass dein Squad einen Wiederbelebungspunkt findet. Also es sind quasi so Stationen, das kennt man zum Beispiel auch aus Apex Legends, wo es dann die Möglichkeit noch mal für einen kompletten Revive gibt, also du dein Team wieder ins Match holen kannst und wenn das nicht gelingt, dann bist du ganz raus. Und da ist auch der große Unterschied zum Multiplayer. Du hast nur ein Leben in Hazard Zone und wenn du stirbst, dann ist diese Figur Fuji und auch all deine Ausrüstung und du bekommst auch keine Belohnung für das Match. Also du musst wirklich, es geht eher ums Überleben, es hat eher diesen Survival-Aspekt und es geht auch nicht so sehr um Abschüsse, sondern es geht, wie gesagt, eher darum, wie schaffst du es, dieses Objective dir zu holen, zu schnappen und dann von der Map zu verschwinden, während ja alle anderen Squads dasselbe auch machen wollen und dann zusätzlich auch noch KI-Gegner auf der Map sind und diese KI verteidigt dann auch diese Crash-Sites von den Satelliten. Das heißt, das ist auch wieder so eine Parallele zu Hunt oder auch zu Tarkov. Es gibt eben verschiedene Bedrohungen und es geht eher darum, wie gehe ich damit um, wie bereiten wir uns vor, wollen wir vielleicht, wenn die Situation wirklich, wirklich schlecht ist, einfach lieber verschwinden und unsere Charaktere sichern und unsere Ausrüstung oder gehen wir jetzt volles Risiko und versuchen doch noch irgendwie da zum Extraction Point uns durchzukämpfen. Also das ist eher, ja, es ist eher langsamer, taktischer und ziemlich sicher auch spannender. Es ist ja das, was zum Beispiel in Hunt Showdown auch so unglaublich zu so einem Nervenkitzel macht, weil du weißt, wenn du jetzt einen Fehler machst, dann ist unter Umständen dein ganzer Fortschritt den Bach runtergegangen. Du hattest eben was gesagt von Vorbereitung. Gibt es denn da auch Begrenzungen, welche Specialists man wählen kann? Also kann ich ein Team aus immer den gleichen Specialists machen oder kann ich ihn nur einmal nehmen oder wie läuft das? Genau, du kannst im Squad nur einen, nur einmal jeden Specialist drin haben. Das heißt, da geht es natürlich auch darum, schon vor dem eigentlichen Match, wie mache ich meine Teamkomposition? Also welchen Specialist mit welcher Fähigkeit will ich denn eigentlich dabei haben, um so ein bisschen zu gucken, hey, haben wir vielleicht eine bestimmte Team-Taktik? Will einer irgendwie mit dem Schild von Dozer irgendwie eher in den Nahkampf? Will einer eher Sniper sein? Will einer eher supporten und die anderen heilen? Also darum geht es. Und das andere ist natürlich auch Loadouts. Also du nimmst ein Loadout mit ins Spiel, das du dir aber vorher zusammenkaufen musst. Und mit jedem erfolgreich extrahierten Datenpaket von diesen Satelliten, wenn du es von der Map runter schaffst damit, dann kriegst du wieder eine Ingame-Währung. Das sind dann diese sogenannten Dark-Market-Credits. Und dafür kannst du dir dann bessere Loadouts kaufen, mehr Ausrüstung kaufen, auch neue Perks, also neue Arten von Fähigkeiten für die nächste Runde. Aber auch da wieder, das geht alles verloren, wenn deine Figur stirbt. Das heißt, die Stakes werden sozusagen immer höher, je nachdem. Das klingt alles sehr spannend. Und wir haben auf gamestar.de dazu eine Umfrage gestartet, wo tatsächlich das Ergebnis war, dass die meistgewählte Antwort, nämlich 39 Prozent, will das auf jeden Fall erstmal ausprobieren. Aber dann schon die nächste Antwort danach hat die bestmögliche Variante gewählt, nämlich klingt super. Also das kommt offenbar gut an. Nur eine Frage, die wahrscheinlich vielen von euch da draußen, durch den Kopf geht und ich auch habe, ist, das ist ja jetzt Teil von Battlefield 2042. Also man muss, um diesen einen einzigartigen Modus zu spielen, das Gesamtpaket kaufen. Es gibt es nicht, wie zum Beispiel Warzone, Free-to-Play. Warum nicht? Verpasst DICE damit nicht irgendwie eine Riesenchance? Ja, also das ist meine wirklich, das ist meine größte Sorge um Hazard Zone. Die größten Bedenken, die ich da habe, ist tatsächlich nicht inhaltlicher Natur, sondern hängt tatsächlich daran, dass es hinter der Paywall, also in diesem Gesamtpaket Battlefield 2042 steckt. Ich kriege Hazard Zone nur, wenn ich das Paket aus Hazard Zone Portal und Multiplayer kaufe. Und so wie du gerade schon gesagt hast in der Umfrage, viele Leute sagen, ich würde das gerne mal ausprobieren. Das Problem ist genau das. Dieser Modus klingt wahnsinnig spannend, aber ich kann ihn einfach nicht mal eben so ausprobieren. Und es liegt einfach daran, dass durch diese Paywall ich diese unglaublich hohe Einstiegshürde habe. Und da sehe ich die riesige Gefahr, die andere Spiele, die ähnlich sind, die in ähnlichen Gewässern fischen, einfach inzwischen nicht mehr haben. Klar, ich habe jetzt einen Hunt Showdown und auch einen Tarkov ein paar Mal erwähnt. Die sind nicht Free-to-Play, aber die drehen sich auch nur um diese Art von Erfahrung, nur diese spezielle Spielart. Und die sind in vielen Fällen halt relativ günstig. Ich kriege einen Hunt Showdown für 30, 40 Euro und nicht für 60 oder 70 Euro wie ein Battlefield. Und man muss einfach anerkennen, dass inzwischen die Branche, was die Shooter angeht, da ein bisschen anders funktioniert. Ich habe einen Warzone, ich habe einen Apex Legends, ich habe Fortnite, die alle überhaupt keine Einstiegshürde mehr haben. Und ich glaube, dass Hazard Zone da einen großen Fehler macht, beziehungsweise DICE und EA, weil sie ja eigentlich Spieler auch außerhalb der Battlefield-Community, dieser Kern-Community, anlocken wollen und auch müssen, um damit zu punkten. Denn was machen denn Battlefield-Fans? Sie kaufen sich Battlefield 2042 wahrscheinlich primär wegen dem Multiplayer-Modus und sagen, na okay, vielleicht probiere ich auch mal dieses neue Hazard Zone. Aber all diese Leute, die sagen, wie in unserer Umfrage, die sagen, ich finde das eigentlich ganz interessant, ich würde das mal testen, die werden abgeschreckt sein von diesem Einkaufspreis. Das heißt, du hast eigentlich diesen Gedanken, dieses Komplettpaket, so ich kriege alles in einem, der sehr sperrig und nicht sehr eingängig ist. Und da sind andere Produkte, wie gesagt, einfach viel weiter. Das Paradebeispiel ist einfach Call of Duty, weil sie es schaffen, sehr viele Leute in Warzone reinzuholen durch das Free-to-Play-Modell. Das kostet dich nichts, da ist keine Hürde davor, ich kann das einfach runterladen. Und dann bleiben viele drauf hängen und sagen, das ist ja eigentlich cool, jetzt kaufe ich das Hauptspiel. Und dieses Rezept ist eigentlich genau das, was Battlefield bräuchte. Hazard Zone als Einstiegspunkt, auch um dich ein bisschen vertraut zu machen, hey, wie funktionieren diese Specialists und so, dann kann ich das einfach mal unverbindlich testen. Und dann gefällt es mir und dann kaufe ich den Rest, dann kaufe ich dieses All-Out-Warfare-Paket und Portal dazu. Aber das Modell, wie sie es planen, verhindert dieses ganze Konstrukt eigentlich, ja. Wobei natürlich jetzt nicht gesagt ist, dass nicht später DICE und EA sich dazu durchringen, das doch noch zu machen. Kann ja in Zukunft noch passieren, dass sie vielleicht in einem halben Jahr oder so sagen, schaut mal, das gibt es jetzt. Und alle, die es vorher gekauft haben, kriegen dann irgendeine Spezialrüstung oder irgendein In-Game-Item, was halt dann hübscher aussieht. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Jetzt geht es ja erstmal um den Release. Der ist zur Online-Stellung dieses Videos gar nicht mehr so weit entfernt. Wenn ihr das Spiel über EA Play spielt beziehungsweise schon die Ultimate-Edition vorbestellt habt, dann darf man schon ab dem 12. November rein. Der reguläre Release ist dann der 19. November. Also gar nicht mehr so viel Zeit, bis es dann wirklich losgeht. Wie ist denn jetzt so dein Eindruck? Wir hatten ja bei der Beta quasi dieses vorsichtig Optimistische mit diesen ganzen Problemen. Das kriegt man eigentlich alles auch noch hin. Wie siehst du die Lage jetzt um den Launch-Zustand des Spiels? Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil ja, so diese grundlegende Shooter-Mechanik, das haben wir beim Beta-Fazit auch schon gesagt, das hat gut funktioniert. Gleichzeitig sehe ich aber auch oder habe ich auch gesehen bei der Beta, da ist noch viel zu tun. Wenn man von dem Beta-Branch oder dieser Version ausgeht, die wir gespielt haben, hätte man vielleicht argumentieren können oder haben auch viele argumentiert. Es wäre wahrscheinlich geschickter, wenn man das aufs erste Quartal 2022 verschoben hätte, um in Ruhe Zeit zu haben, da wirklich die Fehler rauszubügeln, ein rundes Launch-Paket abzuliefern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch ein Battlefield 2042 zum Launch so seine Probleme haben wird. Und seien wir ehrlich, welches Battlefield hatte das nicht zum Release? Ich denke mal nur an Battlefield 4, was ja heute als eins der besten gilt innerhalb der Community. Das war eine Katastrophe. Das war wirklich furchtbar zum Release. Was mich ein bisschen optimistisch stimmt, ist, wie schnell jetzt schon diese ganzen Änderungen, über die wir jetzt im Video geredet haben, schon kamen. Also wie schnell man zum Beispiel einfach sagt, hey, wir haben hier ein anderes Konzept für UI, für Killfeed und so, das bauen wir jetzt einfach ein. Und zack, ist es drin, offenbar. Es wurden wirklich viele Dinge jetzt innerhalb von kürzester Zeit angekündigt, wo es hieß, die sind zum Release jetzt doch drin. Und das stimmt mich insofern optimistisch, dass man vielleicht da schneller vorankommt bei bestimmten Problemen, als man als Außenstehender vielleicht meint. Dass halt DICE da wirklich auch schon mit der Version ein Stück weiter war, als wir es zur Beta gespielt haben und schon eigentlich drei Schritte weiter gedacht hat. Man kann aber nicht umhin um den Gedanken, dass Battlefield in seiner Gesamtheit, Battlefield 2042, so ein bisschen ein Produkt ist, was mit der heißen Nadel gestrickt und jetzt noch zum Weihnachtsgeschäft irgendwie auf den Markt halt geworfen werden muss, weil es eben Weihnachtsgeschäft ist und man sich dieses Business auf keinen Fall entgehen lassen will. Das heißt, ich bleibe da weiterhin optimistisch. Ich bin aber auch ehrlich und ich bin vorsichtig. Das kann gut sein, dass es am Anfang immer noch seine Ecken und Kanten hat, dass da Probleme auftauchen. Mich würde es überraschen, wenn das jetzt das absolut superpolished, mega tolle Battlefield wird, wo ich einfach absolut keine Kritikpunkte oder Probleme mehr habe zum Release. Ja, wie es dann tatsächlich sein wird, das lest ihr auf jeden Fall dann auf gamestar.de in der Launchwoche beziehungsweise auch in der Early Access Woche. Wenn es da Probleme gibt, werden wir euch da natürlich in Kenntnis setzen. Danke Phil für deine Eindrücke. Sehr gerne. Und danke euch fürs Zuschauen. Schreibt uns doch gerne auch in die Kommentare, wie so euer Eindruck und eure Erwartungen jetzt an den Release von Battlefield 2042 sind. Bis zum nächsten Mal. Weiterspielen.